Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Let's Play Transport Fever und ich habe so langsam eine kleine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher, ich warte erstmal bis die Dampfer hier. Die Dampfer sind nämlich noch nicht angekommen am Ziel, an diesen nämlich. 36. Er wartet immer noch nix. Gibt's doch nicht. Wir müssen ja warten bis die Lage hier voll sind. Der nimmt nämlich auch die Produktion ab, aber hier kommt ja nix weiter. Das muss ja auch irgendwo hin. Das muss ja irgendwo hin. Die kommen jetzt hier mit Baumstämmen und die Bretter müssen ja irgendwo hin. Die hier, die machen ja gut Dampf. Und die Schiffe sind auch gleich da. Die Schiffe sind gleich da. Das haben die eigentlich für einen Tick. Das müsste ja übelst ein fetter Tick sein. Äh, Schiff. Äh, hier. Ne, das. Ne. Doch. Ne. Weizen ist das. Äh. Das ist das hier. Äh. 33 Minuten. Das ist krass. Genau. Das hier. Können wir eigentlich gleich mal hier zack zack. Gibt's nicht mehr. Kann man sich irgendwo hier rechts klicken und dann. Maximale Wartezeit. 3 Minuten. Kilometerpreis. Oh, hier gibt's einen Kilometerpreis. Warte mal. Das ist gut zu wissen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Irgendwo nix am Worten. Gibt's noch nicht. Brauchen die Städte Holz? Zack, 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 zack. Nein, braucht keiner. Äh, ja. Hinten ist Schlagge. Ne, Steinbruch ist es nicht. Stein gibt's hier. Stein, Rohstein brauchen die auch nicht in die Städte. Nein, die brauchen nur Baumaterial, genau. Baumaterial. Guckt euch die Bretter an hier. Schöne Bretter, die hier rumliegen, aber die werden nicht mitgenommen. Finde ich ein bisschen schade. Sehr schade finde ich das. Könnt ihr mal die Kommentare schreiben, was das auf sich hat mit den Brettern hier. Warum das nicht mitgeht. Also ich glaube ja, dass das hier, da liegt, dass die Schiffe erstmal eine örtliche Route aufbauen müssen. Dass die Bute hinten realisiert, okay, das braucht Bretter, sonst fährt er nicht los. Ja, guck mal, darum kann man ja wahrscheinlich einstellen. Finanzen, wie war das gerade? Das war hier rüber. Zack. Äh, Bretter. Fahrzeuge. Maximale Wartezeit 10 Minuten. Das sie ja warten. Auf ihre Bretter. Musst du langsam mal losgehen. Versuche mehr Einheiten abzutransportieren. Wartet da jetzt hier was. Abzutransportieren, ja. Ihr sind doch Wagen. Oder können die das nicht. Moment, wir machen mal kurz hier. Wo ist denn hier? Das Teil hier. Zack. Straßenfahrzeuge. Baumstämme. Bretter. Die können da Bretter machen. Warum machen die keine Bretter? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warte mal, ich mach mal einen kleinen Test. Ich mach mal einen Test. Wir haben hier... Komm, warum gibt es hier einen Scrollbalken? Und man kann den nicht ziehen. Das finde ich schon mal ein bisschen blöd. Äh, hier. Da haben wir es. Fahrzeuge. Kann man das hier so einstellen? Pass mal auf. Ne. Schade. Schade, schade, Schokolade. Schade, schade, Schokolade. Die haben ja eh nur Baumstämme. Ich tue jetzt mal hier... Äh, Bretter. Kann das auch Bretter? Ja, das macht auch Bretter. Aber das ist besser. Äh, hier. Das ist nämlich automatisch. Aber wir wollen jetzt Bretter. Ja, zack. Und die machen wir auch in anderen Farbe, dass wir mal erkennen, was das für Wagen sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eine Linie zuweisen. Als Bretter. Zack. Und wenn die jetzt hier... Moment. Bevor die jetzt losfahren... Bevor die jetzt losfahren... Bevor die jetzt losfahren... Weil... Wenn die jetzt hier... Warte mal, ich schick die nochmal ins Depot. Ins Depot. Ins Depot. Und da auch nochmal ins Depot. Da auch nochmal ins Depot. Was ist jetzt schon wieder los? Also, da meckert der jetzt hier oben auch schon rum. Genau. Ich, äh, tue jetzt mal nochmal die Linien umändern. Bretter Chemie. Die habe ich ja noch, äh, im Petto. Haltestelle hinzufügen. Äh, ne. Ne, nein. Zack, zack, zack. 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 Haltestelle den Typen passen. Hab ich den falschen erwischt. Da wollte ich ihn. Und dir. Dann nehmen wir... Den weg. Genau. Und hier... Ne, das ist der falsche. Kurz gucken. Unterwegs ins Depot. Unterwegs ins Depot. Unterwegs ins Depot. Jetzt erstmal alle wieder ins Depot schicken. Wenn wir die jetzt auf die andere Linie zu weisen. Können wir eigentlich auch schon mal laufen lassen. Weil sonst wird es ja nie was. Und zack. Genau. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Könnte es ja wieder weg machen. Gehen wir mal ins Depot. Machen wir mal ein bisschen Hyperspeed hier. Das er so schnell geht. Das er so schnell geht. Hyperspeed. So. Müsst doch bald vorbei sein. Jetzt waren sie alle. Jetzt können wir den normalen Modus machen. Alle zuweisen auf diese Linie. Müssen wir erstmal alle umdrehen. Umdrehen. Zack. Nicht das die erstaunen. Na ich lass die jetzt mal machen. So. Die sind jetzt schon angekommen. Und hier wartet bisher noch nix. Linien Benutzung nein. Versuchen mal Einheiten abzutransportieren. Linien Benutzung nein. Das ist nicht gut. Die bringen zwar mehr Baumstämme. Aber das ist. Sozusagen ein bisschen. Ja. Guck mal. Also das ist auf jeden Fall hier. Das geht klar. Nur irgendwie klappt das nicht so wirklich. Also ja. Volle Lager. Volle Lager. Aber nix kann da abgeführt werden. Irgendwie ist. Das will gerade ein Dorn im Auge irgendwie. Aber. Ich kann es ja nicht ändern. Wir können ja nur abworten und zugucken. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Meine lieben Freunde. Hier sind die Grünen. Und. Da werden wir mal probieren. Also das probieren. Gucken ob die das hier auch ab. Liefern. Also das muss ja irgendwie mal hier rüber kommen. Weil verbunden ist es ja. Ich weiß nicht was die haben. Ich weiß nicht was die haben. Weil Produktion ist ja grad null. Weil. Nix abgenommen wird. Nein. Wenn ich jetzt B drücke. Könnte ich dann dieses Teil abreißen machen. Könnte ich nicht. Okay. Ist in Sicherheit. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. was ist. Das ist Jesus. Untertitelung des ZDF, 2020